Sind Submissions eigentlich bei sehr schweren Leuten unrealistisch? Weil so ein Beach-Trainer meint, ein dicker Nacken könnte ausreichen, um keinen RNC zu bekommen, kein Rear Naked Joke. Und ich denke mal, du hast möglicherweise deinen Jiu-Jitsu-Trainer ein bisschen falsch verstanden, weil so ein Unsinn würde kein Jiu-Jitsu-Trainer erzählen, hoffentlich. Der Rear Naked Joke, den nannten wir früher, als noch die portugiesischen Namen vorherrschend waren, Mataleau, den Löwentöter. Und das mit Recht, weil egal, was der andere für einen Nacken hat, du wirkst den einfach. Und wir haben zahlreiche Beispiele, wie Hoyce Gracie vollgestoffte 120-Kilogramm-Typen gewürgt hat, wie 200 Kilogramm Sumoringer gewürgt werden. Also das geht, das wurde gemacht in der Realität, immer, immer wieder auch. Also ich habe schon Leute mit riesigem Riesengenick selbst gewürgt und das ist eine der effektivsten Methoden, um jemanden zu besiegen, der extrem viel grösser und extrem viel schwerer ist. Bei Gelenkhebeln, dort ist es ein bisschen relativierend. Ich habe schon Leute erlebt, die waren so stark, dass ich auch mit zwei Armen es nicht geschafft habe, einen Arm von ihnen zu verdrehen, zum Beispiel. Die sind einfach zu stark. Armbar, auch dort ist es theoretisch möglich, dass einer im Bizeps Curl mehr Kraft hat, als du in der Rückenstreckung. Extrem unwahrscheinlich, aber möglich. Also es ist viel schwieriger, jemanden auszutappen, zu submitten, ihm die Gelenke zu zerknacken oder zu würgen, je stärker der ist. Aber es sollte für einen einigermaßen gesunden, einigermaßen fitten Mann in einigermaßen normaler Größe, sollte es immer realistisch sein, einen untrainierten, egal welcher Größenordnung, zumindest zu würgen und wahrscheinlich auch mit anderen Gelenkhebeln zu quälen. Vielen Dank.